Das Bundeswirtschaftsministerium koordiniert die Energiewende unzureichend und mangelhaft. Die Belastungen von Wirtschaft und Haushalten sind enorm. Trotzdem wird Deutschland fast alle Ziele der Energiewende verfehlen. Und zwar der Energiewende bis 2020. Denn das war das Fazit des 2018er Bericht des Bundesrechnungshofs zur Energiewende. Der 21er Bericht sagt, die Bundesregierung steuert die Energiewende unzureichend. Eine zuverlässige und preisgünstige Versorgung mit Strom ist fraglich. Das Ergebnis ist ernüchternd. Und aktuell treibt der Bundesrechnungshof eine neue Sau durchs Dorf. Denn auch jetzt gibt es wieder ein Prüfungsergebnis. Das ist wieder ernüchternd. Beim Ausbau der Erneuerbaren und der Stromnetze ist die Regierung ebenso im Verzug wie beim Aufbau von sogenannten Backup-Kapazitäten hinzukommt. Ein fehlendes Konzept gegen hohe Strompreise. Ja, so ungefähr läuft das beim Bundesrechnungshof. Alle drei Jahre kommt wieder ein Bericht zur Energiewende. Und alle drei Jahre funktioniert es nicht. Ja, ist vielleicht auch so. Damit, moin hallo Leute, hier ist wieder euer Dorsten aus Weißnichtswelt. Also ich mache dieses Video ein bisschen widerstrebend. Aufgrund der Tatsache, dass mich da viele drum gebeten haben, viele E-Mails gekommen sind. Ich sollte da mal Stellung zu nehmen. Und ich nehme da heute mal Stellung zu. Ich möchte mich, bevor ich beginne, mal eben bedanken. Und zwar beim Thorsten. Also nicht bei mir selber, sondern bei einem anderen Thorsten. Beim Peter, beim Jakob und beim Frank. Beim Frank ganz besonders. Die haben mir nämlich alle über Paypal Geschenke gesendet. Und ich danke euch für die Unterstützung meines Kanals. Also worum geht's? Der Bundesrechnungshof hat, wie gesagt, einen Bericht geschrieben zur Energiewende. Beziehungsweise, um genauer zu sein, will ich den Titel vorlesen. Zur Umsetzung der Energiewende im Hinblick auf die Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit der Stromversorgung. Gut. Ich wusste bisher gar nicht, dass der Bundesrechnungshof dafür Berichte schreibt. Ich war immer der Meinung, dass Stromversorgung Sache der Bundesnetzagentur ist. Aber ich habe mich belehren lassen, dass sie das schon öfter gemacht haben. Deswegen habe ich da ja ein bisschen nachgesucht. Und tatsächlich haben sie das schon öfter gemacht. Ich will heute gar nicht konkret auf diesen Bericht eingehen. Den verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Also wer den lesen möchte, kann den gerne lesen. Ich möchte also grundsätzlich zur Stellung nehmen, ohne ihn vorzulesen diesmal. Die Leute wollen ja immer nicht alles vorgelesen haben, wurde mir gesagt. Also mache ich das heute mal nicht. Also versuche ich eine Stellungnahme. Also grundsätzlich ist dieser Bericht natürlich nicht unbedingt zwingend falsch. Also in vielen Punkten. Natürlich ist er ein bisschen geschwängert. Warum ist der geschwängert? Geschwängert ist er halt dadurch. Und das hat auch ein bisschen Beigeschmack. Der Chef des Bundesrechnungshofes ist ein mehr oder weniger hochrangiges Mitglied der CDU. Und naja, das hat dann schon Geschmäckle, wenn die dann jetzt an der Ampel konkret rum kritisieren. Und dann gibt es natürlich noch den Beigeschmack, dass natürlich mehr Ersatzkraftwerke mit Gas aufgebaut werden sollen. Das liegt natürlich daran, dass die Frau des Chefs des Bundesrechnungshofes eine Lobbyistin bei Gasprom ist. Also für Gasprom arbeitet. Na gut, okay. Aber das, wie gesagt, lassen wir heute auch eigentlich alles außen vor. Ich wollte es nur erwähnt haben, damit man so ein bisschen die Sachen einschätzen kann. Also der Bundesrechnungshof, er sieht unsere Stromversorgung sogar als gefährdet an. Das muss ich, dem muss man ziemlich klar widersprechen. Der Bundesrechnungshof, ja, es sind halt Buchhalter. Das sind keine Techniker. Das ist ein Problem. Der Buchhalter, der rechnet immer genau, was steht jetzt hier im Buch. Im Buch steht natürlich drin, dass so und so viele Kapazitäten aufgebaut werden sollen. Und so und so viele Kabel verlegt werden sollen. Die Kabel sind nicht verlegt worden. Da hat er sich übrigens ein bisschen auch selbst ein Ei gelegt, weil er halt, weil halt im Bundesrechnungshofbericht drin steht, dass die Kabel schon seit sieben Jahren nicht richtig verlegt werden. Der Habeck ist aber erst seit zweieinhalb Jahren da dran. Also auch die, die da den Habeck kritisieren dafür, dass die Kabel, dass der Netzausbau nicht geschehen ist und die Kabel nicht verlegt sind, der soll sich mal an den Kopf kratzen. Wenn die sieben Jahre lang nicht verlegt sind, kann er das nicht in zweieinhalb Jahren verbockt haben. Aber gut, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht Robert Habeck verteidigen oder überhaupt, das geht auch nicht um die Person Habeck. Es geht auch nicht um das Bundeswirtschaftsministerium an sich. Es geht halt darum, dass natürlich viele Player in dieser Republik die Energiewende ausbremsen. Und zwar absichtlich. Also Bayern hat gebremst bei den Kabeln. Dann alles anders. Dann baut Bayern auch sehr wenig Windkraft aus. Baden-Württemberg hat wenig Windkraft ausgebaut. Es gibt auch noch woanders Bremser mit den Kabeln. Also ob sie jetzt oberirdisch oder unterirdisch verlegt werden sollen. Der eine will keine Kabelkanäle durch sein Grundstück oder durch seine Weide, weil er denkt, das wird dann irgendwie heiß oder die Kühe fangen an zu strahlen. Ich weiß es nicht. Der nächste will wiederum keine Freileitung über sein Grundstück haben, weil das ja hässlich ist. Und, 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 und. Windkraftanlagen direkt hinter meinem Haus sowieso nicht. Also wenn, dann bitte 20 Kilometer Abstand, damit die also nicht meinen Anblick stören und, und, und. Also viele bremsen die Energiewende aus. Und ich meine, ihr seht ja auch draußen im Land, das geht ja nicht nur um die Produktion von grünem Strom. Es geht ja auch um Elektroautos, die also runtergelabert werden. Und alles ist scheiße und alles ist schlecht. Und die brennen sofort ab und, und, und. Also eine Nachbarin von mir im letzten Jahr, das ist alles hochgefährlich. Sie würde da gar nicht einsteigen. Sie hätte Angst, dass sie in dem Auto verbrennt. Also so weit ist es gekommen. Oder so einfältig ist der Mob, will ich mal sagen. Und dann gibt es ja, wie gesagt, diese Wärmepumpengeschichten. Das wisst ihr ja auch. Ihr werdet alle erfrieren, weil die Temperatur mal unter 0 Grad fällt und, 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 und. Das ist alles halt, es gibt halt sehr, sehr viele Player, die kein Interesse an der Energiewende haben, weil sie halt mit dem alten System Geld verdienen. Und logischerweise, wie gesagt, gibt es immer sehr, sehr viel Gegenwehr. Das ist ja eine ganz klare Sache. Eine Behauptung, die, wie gesagt, das der Bundesrechnungshof gemacht hat, ist aber auf jeden Fall grundfalsch. Und zwar, dass unsere Stromversorgung oder die Versorgungssicherheit gefährdet wäre. Wir haben also augenblicklich schon auf jeden Fall mehr Kapazitäten an Kraftwerken, als wir an Strom verbrauchen. Und sogar bei einem höheren Verbrauch haben wir noch genug Kapazitäten. Und der Ausbau an regenerativer Energie geht ja weiter. Fand ich übrigens ganz lustig. Da gab es ein Diagramm, da haben sie dann geschrieben, dass, also die Windkraft hätte dann theoretisch sogar eine Nullleistungsmöglichkeit, was eigentlich überhaupt nicht geht. Es gibt eigentlich den Tag nicht, wo gar keine Windkraft und gar kein PV-Strom in Deutschland produziert wird. Aber gut, das sind halt Buchhalter und keine Techniker. Also so 20% Grundrauschen schafft die Windkraft meistens schon noch. Und PV und so produziert natürlich auch immer meistens noch irgendwas. Nicht viel, aber irgendwas. Gut, und das ist natürlich der größte Irrtum an der Annahme, ist, dass man sagt, naja, der Stromverbrauch steigt ja und die Ausbau der Regenerativen in der Gestaltung. Aber wie gesagt, die Kabel sind halt nicht alle da und und und. Aber 2030 wird ja die Kohle ausgeschaltet und dann ist ja vielleicht eine Versorgungslücke da. Da muss man natürlich dem Bundesrechnungshof auch mal erklären, dass kein Mensch die Kohlekraftwerke abschalten wird in der Realität, wenn die Versorgungssicherheit damit gefährdet wäre. Das wird also nicht passieren. Wenn die Ersatzkraftwerke bis dahin nicht betriebsbereit sind und nicht in ausreichender Zahl betriebsbereit sind, wird die Bundesnetzagentur der Abschaltung einzelner Kohlekraftwerke vermutlich noch widersprechen. Ob das gut ist oder nicht, da können wir drüber streiten. Es ist natürlich gut, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Also diesen Punkt, den der Bundesrechnungshof so relativ groß dargestellt hat und deutlich gemacht hat, es ist ja alles gefährdet und wo ja auch schon wieder einige demokratiezerstörende Kanäle, nenne ich sie mal, oder demokratiefeindliche Kanäle darauf abheben, von wegen unsere Versorgungssicherheit wäre gefährdet. Nein, das ist sie nicht. Unsere Versorgungssicherheit ist nicht gefährdet. Ja gut, dann gab es Kritik am Robert Habeck, der dann daraufhin auf diese Geschichte wohl ein bisschen harsch reagiert hat. Und da muss man dann auch mal überlegen, der Herr Robert Habeck war gerade irgendwie in New York, da ging das um diese ganzen Subventionen, die die Amerikaner machen und dass das natürlich den Welthandel durcheinander wirft. Und er ist dann natürlich auch auf Fragen zu diesen Themen letztlich geeicht und dann kommen da irgendwelche Journalisten mit einer Studie des Bundesrechnungshofes, die eigentlich auch nur das sagt, was er selber ja schon weiß. Das ist ja bis auf diesen einen Punkt, wo der Bundesrechnungshof total falsch liegt. Ist diese Studie an sich ja eine Darstellung dessen, was los ist. Nur das weiß er natürlich, weil letztlich die eigenen Studien und die Studie der Bundesnetzagentur und genau das gleiche aussagen, das ist ja kein großer Unterschied. Also letztlich ist das natürlich bekannt, dass wir zu wenige Kabel haben. Ich meine, das ist für ihn keine Neuigkeit. Und da spricht ihn dann die Presse drauf an auf einem Termin in New York, wo es um was ganz anderes geht. Also da muss man auch mal der Presse irgendwie, wobei gut, ist natürlich die Frage, ob dieser Bundesrechnungshof das nicht auch etwa an einem Tag veröffentlichen können, wo er Habeck in Deutschland ist. Aber okay. Aber überhaupt ihn darauf dann in dem Moment anzusprechen, total am Mumpitz. Also klar, dass er da auch ein bisschen komisch reagiert. Er hat halt diese Fragen sicherlich gar nicht erwartet. Aber das mal so, doch mal eben kurz zu Robert Habeck sagen, ihm gut zugute zu halten, dass er da auch wahrscheinlich total überrascht von war. Man muss aber auch andersrum sagen, wenn wir die Grünen oder Herrn Habeck da nicht hätten, dann sähe die Welt natürlich noch viel, viel schlechter aus. Das Bundesumweltamt hat nämlich auch was veröffentlicht. Und zwar ein Bericht mit dem Namen Erneuerbare Energien nehmen 2023 weiter Fahrt auf. Und da wollte ich euch eigentlich nur diese Grafik, den verlinke ich natürlich auch unterm Video, da wollte ich euch nur mal diese Grafik zeigen. Da sieht man also relativ ganz schön, wie das also beim Strom sich verändert hat. So seit 2005, wie da die blaue Linie immer höher und höher geht. Man muss mal überlegen. Damals hat es Leute gegeben, also im Jahr 2000 rum oder 2002, da haben Leute gesagt, dass also mehr als 3% regenerativer Strom im Netz absolut unmöglich sind oder bei 5% regenerativen Strom im Netz das Netz zusammenbricht und es zu Blackouts kommt und und und. Wir sind also im letzten Jahr bei 51,8% gewesen. Und gut, Blackouts sind mir jetzt nicht so bekannt. Mir ist bekannt ein Bericht der Bundesnetzagentur, der aussagt, dass wir im sichersten Stromnetz aller Zeiten leben. Also das deutsche Stromnetz ist sicherer als je zuvor. Man sieht auch hier so langsam die Wärmewende kommen. Also kommt auch so ganz langsam hoch. 18,8% der Wärme im Jahr 2023 war erneuerbar. Und auch der Verkehr kommt so ein ganz bisschen in Fahrt. Noch ein bisschen sehr schlapp, aber es ist natürlich beim Verkehr ungefähr auch so wie bei Heizung, dass natürlich getroffene Entscheidungen dann erstmal so 15, 20 Jahre in dem Sinne Bestand haben. Also natürlich fahrt ihr kein Auto 15, 20 Jahre, aber so ein durchschnittliches Auto, das fährt gerne auch mal 15 Jahre jetzt. Und wenn ihr das jetzt neu kauft mit einem Verbrennungsmotor, selbst wenn ihr das nach zwei Jahren abgebt, kauft ihr sicher den nächsten gebraucht mit dem Verbrennungsmotor. Und es hat halt weiter, braucht halt weiter Sprit. Man muss auch mal dazu sagen, wir haben gestern, vorgestern darüber diskutiert, mal wie das alles zu sehen ist. Man muss mal überlegen, diese ganzen Gegner der Energiewende sind natürlich auch, die schaden natürlich auch massiv unserem Land. Dadurch, dass wir immer weiter fossile Energie und dergleichen aus dem Ausland beziehen müssen, geht sehr viel Geld von uns ins Ausland. Das ist nicht unbedingt gut für unser Land. Das muss man sich mal vor Augen führen. Gleichzeitig finde ich es immer wieder lustig, dass wir einerseits natürlich ohne weiteres Öl, Öl, Gas, Kohle, alles aus dem Ausland in rohen Massen beziehen dürfen. Und das ist auch alles gar kein Problem. War ja auch schon immer so. Aber in dem Moment, wo ein paar Kilowattstunden Strom eine Grenzkuppelstelle in Richtung Deutschland bewegen, das geht dann alles gar nicht mehr. Also da würde ich mir dann auch mal wünschen, dass die Leute so ein bisschen den Kopf einschalten. Wir sind immer ein Energieimportland gewesen. Wir werden das auch weiterhin sein. Es wird auch nur mit grüner Energie natürlich in dem Sinne nur mit deutscher Produktion wahrscheinlich nicht funktionieren. Klar, wir sind da auf einem guten Weg, dass wir einen sehr, sehr großen Teil schaffen können. Aber naja gut, es wird wohl nicht zu 100% reich. Das habe ich aber ja auch schon immer gesagt. Einige denken ja immer, ich wäre so der Typ, der denkt, das sind 100% ohne weiteres möglich. Es ist theoretisch möglich, wenn man halt Importe auch zulässt. Dann kann man natürlich eventuell mehr machen. Also wenn ganz Europa entsprechend grüne Energie produziert, dann können wir auch vielleicht die 90% relativ locker schaffen. Und dann müssen wir halt noch für die 10% ein bisschen speichern und, 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 und. Aber das werden wir dann sehen. Gut, mehr wollte ich heute eigentlich gar nicht gesagt haben. Diesem Video ist schon wieder lange genug. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, um keine Videos zu verpassen. Würde mich total freuen. Vielleicht gebt ihr dem Video auch noch einen Daumen hoch. Kann ja sein. Vielleicht kriegt ihr auch einen Daumen runter. Oder ihr kommentiert mal drunter, was ihr denn von dem Bericht des Bundesrechnungshofes so haltet. Und ein ausführliches Statement zum Bundesrechnungshofbericht wird wahrscheinlich Martin am Sonntag machen. Hat er wenigstens angekündigt. Deswegen habe ich das heute auch nicht so ausführlich gemacht. Der wird sich da vielleicht ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Könnt ihr dann ja auch noch mal reingucken. Ich grüße dich mal, Martin. Wisst ihr, Martin ist vom Kanal Gewaltig Nachhaltig. Der kümmert sich ja auch gerne um diese politischen Themen, genauso wie ich. Und es tut mir natürlich leid, dass dieses wieder ein irgendwie leicht politisches Video war. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. In diesem Sinne. Ciao, ciao.